Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last Of Us 2. Gibt es noch etwas wie Wammel? Warum meldet ihr euch immer freiwillig für diese Patrouille? Hier gibt's die gemütlichste Couch aller Posten. Ich setz mich ans Feuer, leck die Füße hoch. Hm, Magie. Komm, stopp! Ja? Sofort! Hey, was macht der Savage Starlight hier? Ich glaube, der gehört Joel. Hm. Ich bin jetzt wieder zu. Ok. Oh, das ist halt. Hier geht's. Das ist fast. Okay. Gehen wir. Okay. Komm mit, Kleine. Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Oh, na ja. Und zwei Run-Einern hinaus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für ein paar Patrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten, die... Hör mal. Wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay. Danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erst mal die kürzeren Routen. Du weißt schon. Um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch? Diese Savage Starlight Comics. Die du so magst. Ja? Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, na ja. Die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Star ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja. Ich meine... Er hat es schon verdient. Aber cooler Twist, wie sie entkommen sind. Du bist witzig. Du bist witzig. Will ich auch sagen. Hey, ich stimme. Pass auf dich auf. Da ist der Musikladen. Ich bin schon fast hier da. Ja, ich sehe ihn. Naust du Hilfe? Hab schon. Hier können wir nicht lang, oder? Was? Verdammt. Da könnte man sonst drüberschwimmen. Okay. Und... Was jetzt? Ja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay. Okay. Ja. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid. Siehst du was? Äh, ich suche. Da geht's schon noch weiter. Ja, ich suche. Ich finde das hier gruselig. Ich glaube, da geht es durch, aber hier sind Spuren. Setz die Maske auf. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemandem begegnen? Okay, gut. Wir müssen das klug angehen. Wenn du aufhörst, die Maske zu tragen, müsst du irgendwann einen Fehler machen, wenn's gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Nicht Jessie, oder Dina, oder... Natürlich nicht. Okay, gut. Warst du hier schon mal drin? Nein, wir patrouillieren nur auf den Straßen. Fühlt sich an wie ein Versäumnis. Vielleicht. Das ist nicht vielleicht. Ich sch Clique. Ich schaff ich nicht. Ich schaff ich dich jetzt nicht. Ich schaff ich dich nicht. Nein, ich schaff ich jetzt nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020